3. Neuer für RB Leipzig Ganz heiß, der Klub steht nach Bildinformationen kurz vor der Verpflichtung von Mateus Cunha, 19, vom FC Sion. Die Bullen hatten den Brasilianer zuletzt oft beobachtet. Und die Verhandlungen mit Sion-Präsident Christian Konstantin intensiviert. Jetzt steht man kurz vor der Einigung. In der Schweizer Liga hat Cunha in 29 Erstligaspielen 10 Tore gemacht. Der Brasilianer, dessen Marktwert derzeit noch bei überschaubaren 1,5 Mio Euro liegt, gilt als eines der größten Talente in der Schweizer Super League. Sie sind bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild RB Leipzig?